Veronika Faes ist eine deutsche Schauspielerin. Mit der Hauptrolle in Sönke Wortmanns Kinofilm Das Super Vibe wurde sie 1996 einem größeren Publikum bekannt. Für ihre Darstellung der Nelly Mann in der Fernsehproduktion Die Manns Ein-Jahrhundert-Roman von Heinrich Brelor wurde sie 2001 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Leben Veronika Faes wuchs als jüngstes von drei Kindern und einzige Tochter des Gulen- und Kartoffelhändlers Peter Faes und seiner Frau Katharina auf, dem elterlichen Hof auf. Während ihrer Schulzeit galt sie als Außenseiterin, die von ihren Mitschülern Fettes gerufen wurde. Sie litt unter extremen Gewichtsschwankungen und ritzte sich an ihren Unterrahmen. 1984 machte sie ihr Abitur am Gymnasium Schwertstraße in Solingen. Danach studierte sie Germanistik, Theaterwissenschaft und Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nachdem sie einige staatliche Schauspielschulen wegen ihrer Körpergröße von 1,80 Meter abgelehnt hatten, nahm sie privaten Schauspielunterricht am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und legte eine staatliche Prüfung in klassischem Schauspiel ab. Schauspielkarriere für Es begann ihre Karriere am Theater. Sie spielte am Düsseldorfer Schauspielhaus, am Bayerischen Staatstheater und in Kleinkunst- und oft Theatern, bevor sie hauptsächlich in Fernsehfilmen und Serien zu sehen war. In ihrem ersten Kinofilm, dem Monumentalwerk »Die zweite Heimat« von Edgar Reitz, spielte Verest das erotische Mädchen Dawley aus der Provinz. Der 25-Stunden-Film erschien 1992. Auch aufgrund ihrer damals süppigeren Figur wurde sie in den ersten Jahren vor allem als sinnliche Blondine besetzt. Beispielsweise als komisch naive Sekretärin in der ZDF-Serie »Unser Lehrer Dr. Specht« oder als külsche Proletarierin in »Tom Gerhardsch« voll. Normal. Der spätere Verlauf ihrer Karriere wurde dann durch vielseitigere Angebote dominiert, die auch mit einer Veränderung ihrer äußeren Erscheinung durch Gewichtsabnahme einherging. 1992 spielte sie die Muse des Fritz Knobel in »Stonk«, unter der Regie von Helmut Dietl, mit dem sie von 1990 bis 1999 liiert war. Dieser besetzte sie 1997 auch als Schneewittchen für den Film »Rossini« oder »Die mörderische Frage«, wer mit wem schlief und 1999 als Schauspielerin Maria in der Mediensatire Late Show. Zu den großen Erfolgen des ZDF-Fernsehspiels zählt mit etwa 9 Millionen Zuschauern der zwei Teile eine ungehorsame Frau mit ihr in der Hauptrolle, für die sie sehr gute Kritiken erhielt. Im Jahr darauf spielte Veronika Faes in der internationalen Produktion »Ladies Room« an der Seite von John Malkovich. Mit diesem stand sie seither in mehreren Filmen gemeinsam vor der Kamera. Zum letzten Mal 2013 in der internationalen Kinoproduktion »Casa Nova Variations«. Ebenfalls zu sehen war sie 1993 bis 1994 in der Fernsehserie »Peter und Paul« an der Seite von Helmut Fischer und Hans Klarin. Und später in einer Folge des »Bohlen von Tölz«. Mit der Hauptrolle im Kinofilm »Das Super Vibe« wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Rund 2,4 Millionen Zuschauer sahen diese Produktion. Seitdem arbeitet Faes auch in internationalen Produktionen. So im Jahr 2000 für das französische Fernsehen als bösartige Madame Tenadier im Vierteiler »Les Miserables« »Gefangene des Schicksals« oder als »Gehbehinderte Gräfin in Findelkind« an der Seite von Pierre Richard. 2001 verkörperte sie Nellie Mann in der vielfach ausgezeichneten Fernsehproduktion »Die Manns Ein-Jahrhundert-Roman« von Heinrich Breloher, wofür sie den Adolf-Grimmel-Preis in Gold erhielt. 2002 bis 2004 spielte Veronika Faes die Bohlschaft in der Jedermann-Inszenierung bei den Salzburger Festspielen. Im August 2010 wurde sie dafür von der österreichischen Tageszeitung »Salzburger Nachrichten« zur »besten Wohlschaft aller Zeiten« gekürt. Im Fernsehdrama »Annas Heimkehr« spielte sie das Dienstmädchen Anna Schweighofer, das ein jüdisches Mädchen vor der Deportation rettet. Dieser Film erzählt die Lebensgeschichte von Charlotte Knobloch. In dem Zeichentrickfilm »Till Eulenspiegel«, bei dem Eberhard Junkersdorf-Regie führte, synchronisierte Faes eine der Hauptrollen. 2005 wurde der Film für die Goldene Kamera in der Kategorie »Bester Film« nominiert. Faes sagt über sich selbst, dass sie zwischen Leben und Schauspiel keine klare Grenze ziehen könne. Beides beeinflusse sich gegenseitig. Dabei sei sie besonders von ihrer Hauptrolle in dem Fernsehfilm »Sterne leuchten« auch am Tag von Roland Suso Richter und Richard Reitinger aus dem Jahre 2004, in dem es um die unheilbare Krankheit als geht beeinflusst worden. Ende September 2006 sollte sie bei der Ruhrtrienale im Landschaftspark Duisburg-Nord die Hauptrolle im Theaterstück »Kur Asche« oder »Gottlass« nach. Des Büchner-Preisträgers Wilhelm Genasino spielen, machte jedoch ihre Zusage vor Probenbeginn wieder rückgängig, da die Rolle einer Prostituierten nicht mit ihrer künstlerischen Integrität vereinbar sei. Kritiker warfen ihr daraufhin Eitelkeit und Angst vor dem Verlust von Werbeverträgen vor. Faes bezeichnete dies als »Nonsens«. Sie sei mündig genug, unabhängige Entscheidungen zu treffen. In einem Interview, das sie der FAZ gab, stellte Faes in Nachhinein klar, dass sie kein Problem mit der Verkörperung einer Hure habe. Das Problem an dem Projekt lag ihrer Meinung nach an der Figurenzeichnung der Courage, die für sie keinerlei Tiefe und Entwicklung aufgewiesen habe. Im selben Jahr übernahm Faes eine der Hauptrollen für den ZDF-Zweiteiler »Neger« »Neger« »Schornsteinfeger«, indem sie die alleinerziehende Mutter eines dunkelhäutigen Jungen während des Nationalsozialismus verkörpert. Ebenfalls 2006 spielte sie im Kinofilm »Die wilden Hühner« erneut die Rolle einer Mutter und an der Seite von John Malkovich als Gustav Klimt die Emily Flöge in der Filmbiografie Klimt des chienischen Regisseurs Raoul Ruiz. Im Sommer 2007 drehte sie den Fernseh-Dreiteiler »Die Pötin« »Kein Weg zurück in München«. Ebenfalls 2007 stand sie für die TV-Spielfilm »Mein alter Freund Fritz und das Ende der Eiszeit« von Friedemann Fromm vor der Kamera. Letzterer wurde 2007 als bester Fernsehfilm für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, Faes erhielt eine Nominierung als beste Schauspielerin. Im darauffolgenden Jahr erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis als beste Schauspielerin für den zweiteiligen Fernsehfilm »Die Frau vom Checkpoint«. Charlie. In diesem kämpft eine Mutter im Westen um ihre beiden Töchter, die in der DDR gefangen gehalten werden. Der Film lehnte sich an »Die wahre Geschichte« der Jutta Fleck an, die als »Frau vom Checkpoint Charlie« bekannt wurde. Darüber hinaus wirkte Faes 2008 auch an anderen erfolgreichen Filmen mit. So spielte sie eine der Hauptrollen in dem Fernsehfilm »Das Wunder von Berlin«, der vielfach positiv rezensiert und als bester Film für den Deutschen Fernsehpreis und den Emmy nominiert wurde. Eine weitere Produktion des Jahres 2008 war der Kinofilm »Ein Leben für ein Leben« »Adam Rieser richtet«, in dem Jeff Goldblum und William dafür die Hauptrollen verkörperten. Zudem folgten im Herbst und Winter 2008-2009 Dreharbeiten in Südafrika für »Das Geheimnis der Wale« unter der Regie von Philipp Kadelbach. Wobei Faes und Christopher Lambert die Hauptrollen übernahmen. Im Frühling 2009 stand sie in München für den ARD-Fernsehfilm »Rosannas Tochter« vor der Kamera. Die männliche Hauptrolle übernahm Fritz Kahle. Das Drehbuch, das der Filmautor Christian Jeltsch nach der gleichnamigen Romanvorlage von Amelie Fried verfasste, wurde von Franziska Buch inszeniert. Im Herbst des gleichen Jahres drehte Faes für den Kinofilm »Das Leben ist zu lang«, bei dem Dani Levy Regie führte, in Berlin und Italien. Die Hauptrolle wurde von Markus Hering verkörpert. Ebenfalls in diesem Herbst spielte sie im Film »Sie hat es verdient« mit, bei dem sie auch als Go-Produzentin mitwirkte. Dieser Spielfilm von Autor und Regisseur Thomas Stiller erzählt von Jugendlichen, die, selbst aus der Bahn geworfen, ihren Hass an anderen auslassen. Darüber hinaus übernahm Faes 2009 in der Kinoproduktion »Unterbauern, Retter in der Nacht« von Ludiböken die Hauptrolle der »Holocaust überlebenden Magerspiegel«. 2010 folgten erneut Auftritte in mehreren Fernsehproduktionen. Unter anderem spielte sie die Rolle der Mutter von Marco Weiß in dem Fernsehfilm »Marco W.« »247 Tage im türkischen Gefängnis«. Im selben Jahr verkörperte sie ebenfalls die Rolle der Natascha in dem Kinofilm »Das Leben ist zu lang« unter der Regie von Dani Levy. Neben »Die kleine Lady«, einer Adaption des Kinderbuchklassikers »Der kleine Lord«, in der sie eine zigarrenrauchende Frauenrechtlerin spielt, und der Literaturverfilmung von Pavel Kohut »Die lange Welle hinterm Kiel«, in der sie neben Mario Adorf und Christiane Hörbiger vor der Kamera stand, drehte sie 2011 auch den Fernsehfilm »Tsunami – Das Leben danach«. Seit 2011 spielt sie auch die Hauptrolle in der ZDF-Krimi-Reihe Lena Fauch. 2012 war verarschend dem Kinofilm »Der Teufelsgeiger« neben »Geiger« David Gerrard zu sehen. In den Kinoverfilmungen des Jugendbuch-Bestsellers »Robin Rot und Safir Blau« von Kerstin Gier verkörperte sie die Rolle der Grace. Ebenfalls 2012 war sie in den TV-Produktion »Mein Mann«, ein Mörder unter der Regie von L'Angelot von Naso an der Seite von Ulrich Nöten und in »Hafen der Düfte« unter der Regie von Peter Gersiner zu sehen. 2013 drehte sie mit Dominik Rake die Komödie »Das Glück der Anderen«. 2013 spielte F.S. in der Komödie »König von Deutschland« unter der Regie von Helmut Dietels Sohn David an der Seite von Olli Dietrich eine deutsche, durchschnittsähe Frau. In der Verfilmung des Bestsellers »Hector and a Search for Happiness« stand sie unter anderem neben Simon Pegg, Jean Reno, Christopher Plummer, Toni Collette und Rosamund Pieke vor der Kamera. 2014 folgte der US-amerikanische Thriller »Pack the Ghost« mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. In der deutschen Komödie »Der Nanny«, einer Produktion von Matthias Schweighöfer, spielte F.S. 2014 ein überfordertes Kindermädchen. Im gleichen Jahr war sie in der Fernsehproduktion »Die Staatsaffäre« als deutsche Bundeskanzlerin zu sehen. 2015 spielte sie die weibliche Hauptrolle in dem Film »Salt and Fire« an der Seite von Michael Schennen und Gil Garcia Bernal unter der Regie von Werner Herzog, der auch das Drehbuch zum Film verfasste. Der Film spielt in der Salzwüste Boliviens auf 4200 Meter Höhe. Privatleben F.S. war von 1990 bis 1999 mit Helmut Dietl liiert. Sie arbeiteten gemeinsam an Filmen wie »Stonk, Rossini, Late Show« und zahlreichen anderen Filmen des Regisseurs. Im Februar 2000 gaben sie ihre Trennung bekannt. Im Mai 2001 heiratete F.S. kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter in Salzburg Martin Krug. Im November 2008 gab F.S. die einvernehmliche Trennung von Krug bekannt. Im Juni 2010 wurde die Ehe geschieden. Seit 2009 ist sie mit dem deutschen Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer liiert. Das Paar heiratete am 27. September 2014 in Nitscha. Soziales Engagement F.S. war von 2002 bis 2009 Schirmherr in des Powered ALT. V. zur Prävention von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Dort sammelte sie Spenden, womit sie Theaterstücke für Kindergärten und Grundschulen finanzierte. Seit 2009 sammelt sie Spenden für die Hope Cape Town Association und Trust, einen gemeinnützigen Verein, der sich in Südafrika für HIV-positive und tuberkulosekranke Menschen engagiert. Des Weiteren engagierte sich F.S. 2010 als Botschafterin der SOS-Kinderdörfer. Seit 2011 ist F.S. internationale Botschafterin für das Hadassah Medical Center in Jerusalem. 2013 wurde sie hierfür mit dem Hadassah Award Citizen of the World ausgezeichnet. Des Weiteren ist sie Schirmherrin für das Evangelikale Hilfswerk, die Arche, Christliches Kinder- und Jugendwerk Deutschland. Im Februar 2012 übernahm sie die Schirmherrschaft für das Kinderhospiz Burgholz im Bergischen Städtedreieck. Sie engagiert sich ebenfalls ehrenamtlich für die DKMS Live, indem sie unter anderem bei Veranstaltungen als Gastrednerin auftritt. Sonstiges F.S. sitzt im Beirat der Metropolitan School Frankfurt, die von ihrem Bruder Peter geleitet wird. 2002 gründete sie mit ihrem damaligen Ehemann Martin Krug die Produktionsfirma Belavita Film GmbH, die unter anderem den ARD-Zweiteiler Kein Himmel über Afrika sowie die Filme Das Geheimnis der Wale und Rosannas Tochter realisierte. Nach der Trennung von Krug zog sie sich aus dem Unternehmen zurück und gründete 2011 ihre eigene Produktionsfirma. Construction Film GmbH mit Sitz in München. 2007 erschien ihr Kinderbuch Nein, mit Fremden gehe ich nicht. Es wurde von der Deutschen Akademie der Künstler- und Jugendliteratur e.V. im März 2007 zum Buch des Monats gewählt. Zwei Jahre später wurde Fass mich nicht an. Veröffentlicht Beide Bücher wurden von Julia Ginsbach illustriert und sollen Kinder für gefährliche Situationen sensibilisieren. Am 14. März 2011 verschien das Buch Kinder sind unser Leben bei Drömer Knauer, das Fass zusammen mit Nicole Maybaum verfasste. In diesem werden 15 außergewöhnliche Menschen porträtiert, die sich für die Rechte von Kindern einsetzen. Darüber hinaus wirkte Fass an verschiedenen Hörbuchproduktionen mit A. beim Rilke-Projekt. Sie brachte sich auch im Buch Briefe Bewegen die Welt ein, das 2010 von Helmut Karasek herausgegeben wurde. 2008 veröffentlichte das Magazin Park Avenue in seiner Juni-Ausgabe eine Reportage mit dem Titel Fall Fass eine Schauspielerin zwischen Gutmenschen sucht und Geltungsdrang. Fass sah sich durch die Veröffentlichung in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt und erwürgte am 25. Juli 2008 eine einstweilige Verfügung vor dem Hamburger Landgericht, nach der das Magazin eine Gegendarstellung drucken musste. Die folgende Klage der Schauspielerin gegen den Verlag auf Zahlung einer hohen Geldentschädigung wurde vom Hamburger Landgericht als unbegründet. Abgewiesen! Im Januar 2008 wurde Fass als Testimonial für die Adler-Modemärkte engagiert. Die vorgesehene Vergütung betrug 800.000 Euro jährlich. Nachdem die ursprünglich zur Metro-Group gehörige Kette durch die Sanierungsgesellschaft Blur übernommen wurde, trennte sich das neue Management des Unternehmens von Fass. Der Geschäftsführer Martin Vorderwühl-Becke begründete dies damit, dass die Schauspielerin vom Vorbesitzer aufgrund ihres positiven Images engagiert worden sei und sie dieses wegen ihres ehebrecherischen Verhältnisses verloren habe. Im Laufe des daraufhin von Fass angestrengten Prozesses kam es zu einem Vergleich zwischen den Parteien. Sie erhielt statt der von ihr geforderten knapp 460.000 Euro eine Summe von 400.000 Euro von der Modikette. Die zusätzlich 75% der Prozesskosten übernahm. Ab 2005 war Fass Werbeträgerin der Beauty-Linie Diadermine, für die sie auch im Ausland geworben hat. 2012 trat Fass als Testimonial im Rahmen einer Werbekampagne der Bild-Zeitung auf. 2014 enthüllte der Spiegel, dass Fass und Carsten Maschmeyer Geldvermehrung mit umstrittenen Dividendenstrippings betrieben. Reaktionen Fass musste sich aufgrund ihrer Rollenauswahl, Aktivitäten außerhalb der Schauspielerei und ihres Privatlebens auch mit kritischen Stimmen auseinandersetzen. So wird ihr ihre Vorliebe für positive Frauen rollen, insbesondere überdurchschnittlich häufig die Rolle der tapferen Mutter, als Einseitigkeit und Flachheit zum Vorwurf gemacht. Auszeichnungen Bambi 1992 Auszeichnung in der Kategorie Schauspiel National für die Rolle der Martha in Stonk 2005 Auszeichnung in der Kategorie Schauspiel National für die Rolle der Veronika Molin in die Rückkehr des Tanzlehrers Bayerischer Fernsehpreis 2002 Auszeichnung in der Kategorie Beste Schauspielerin in einem Fernsehfilm für die Rolle der Nelly in Die Manns Ein-Jahrhundert-Roman 2004 Auszeichnung in der Kategorie Beste Schauspielerin in einem Fernsehfilm für ihre Rollen in Annas Heimkehr Für immer verloren und stärker als der Tod Deutscher Fernsehpreis 2007 Nominierung in der Kategorie Beste Schauspielerin für ihre Rolle in Vom Ende der Eiszeit 2008 Auszeichnung in der Kategorie Beste Schauspielerin für ihre Rolle in Die Frau vom Checkpoint Charlie Goldene Kamera 1998 Auszeichnung in der Kategorie Beste Schauspielerin National für ihre Rollen in Rossini, Die Chaos Queen, Dr. Nock und eine ungehorsame Frau 2002 Auszeichnung für ihre Rolle in Bobby Adolf Grimme Preis in Gold 1998 Nominierung für ihre Rollen in Die Chaos Queen, Dr. Nock und eine ungehorsame Frau 2002 Auszeichnung für die Manns Ein-Jahrhundert-Roman Goldene Romy 2002 Auszeichnung in der Kategorie Beliebteste Schauspielerin für ihre Rollen in Bobby und die Manns Ein-Jahrhundert-Roman Weitere Preise und Ehrungen 1999 Auszeichnung in der Kategorie Beste Schauspielerin für ihre Rolle in Die Braut beim Neuen Internationalen Filmfestival Pescara Italien 2005 Diva Award in der Kategorie German Award 2006 Bayerischer Verdienstorden 2006 Goldene Feder 2007 Hans Rosenthal Ehrenpreis 2007 Buch des Monats der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur im März 2007 für das Kinderbuch Nein, mit Fremden gehe ich nicht 2007 Bad E. Burger Kinderliteraturpreis Schlossgeschichten für das Kinderbuch Nein, mit Fremden gehe ich nicht 2007 Panikop des Jahres für ihre Verdienste um die Reinerhaltung der Sprache im Ruhrgebiet 2008 Jupiter in der Kategorie Bester TV-Film für die Frau vom Checkpoint Charlie 2009 Steiger Award in der Kategorie Film 2010 Sickness Award im Rahmen des Internationalen Filmfestes DC in Washington für Unterbauern, Retter in der Nacht 2013 Hadassah Citizen of the World Award für ihr soziales Engagement für Israel Filmografie Theater 1985 1985 Die Bernauerin, Regie Augustin Wading, Bayerische Staatsoper in München 1986 Die Gajewalli in der Regie von Walter Bockmeier am Düsseldorfer Schauspielhaus, Theater, die springen aus Bonn und Theater am Lehnbachplatz in 1988 Corbis, Regie Jaroslav Chandela, Bayerisches Staatsschauspiel 1989 Hören Sie mal ein Personenstück, Regie Bettina Reitz, Bayerisches Staatstheater und Marstall München 1990 Die Geisterbahn, Regie Volker Hein, Münchner Opernfestspiele AZ Stern des Jahres 1990 Drei Schwestern, Regie Andreas Braun, Landestheater Coburg 1990 Der Eingebildete Kranke, Regie Andreas Braun, Landestheater Coburg 1990 In Station Sehnsucht, Regie Andreas Braun, Landestheater Coburg 2001 Die Kassette, Regie Anselm Weber, Residenztheater München 2002 bis 2004 Jedermann, die Bullschaft, Regie Christian Stückel, Salzburger Festspiele 2002contro II 2002 2010 Volt 두�ів 2020 ud